Zeit für ein Duell! Monster benutzen. Wir starten auch gleich rein, benutzen natürlich unser Kartendeck und schauen mal, ob wir gegen Susu auch gewinnen können und was wir für schöne Karten bekommen. Aber zuerst müssen wir was auswählen. Was wollen wir haben? Bin immer Blatt heute. Oh, leider verloren. Schade. Nur gut, sind wir Erster oder Zweiter? Was sind wir? Und wir sind... Ne? Trotzdem Erster. Sehr gutes Zeichen. Auf geht's. Das ist schon mal sehr gut. Und los geht's. So, was haben wir denn hier schönes? Okay, wir haben Spielkraft, Rakiki, unsere Reisen-Shot-Vogelscheuche, Schwerkraftbinder und Wabuku. Okay, Wabuku legen wir einmal. Und Reisen-Shot-Vogelscheuche können wir auch mal legen. Ja komm, Spielkraft können wir eigentlich auch mal legen. Und sind wir schon ganz gut dabei. So, dann wenden wir uns. So, 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 so. Was machst du? Wir müssten am besten noch ein Monster haben, den können wir auch angreifen. So, los ist erst ein Satz. Okay. Ähm, wir sagen mal kurz Nein. 1.200. Nee, schlecht. Kannst du ja... Okay, hast du einen kleinen Boost bekommen. Aber wir könnten ja... Ähm, nee. Wabuku aktivieren wir auch nicht. Ist doch ein zweites Monster. Okay. Wir sagen kurz Nein. Jetzt wird's angreifen. Okay, jetzt können wir Wabuku aktivieren. Und kriegen keinen Schaden. Das schmacht ganz gut. Okay, wir sagen kurz Nein. Wunderbar. Okay, sie macht eine Fusion. Können wir aber auch entsprechend meine Rageki zerstören. Athena. Athena. Ja. 2600. Nicht schlecht. Sehr starkes Monster. Gut. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal Rageki. Zerstören immer die Athena. Dann spielen wir unseren Ritter. Kriegen einen kleinen Boost von 400. Ach komm, Speckkraftbinder können wir auch mal legen. Als kleine Sicherheit. Und dann greifen wir an. Und geben wir erstmal 1600 Schaden. Direkt auf den Lebenspunkte. Bäm. Oh, ruft der Gejagten. Oh, oh. Okay, da ist die Athena wieder. Okay. Wir sagen kurz Nein. Gut, was machen wir denn? Ach komm, wir beenden unseren Zug. Wir haben entsprechend noch Spielkraft und unsere Eisenschlott-Vogelscheuche. Die können wir ja auch noch nutzen, wenn sie angreifen will. Können wir diese Karten auch zerstören. Ah, wir sagen kurz Nein. Wir kriegen 600 Schaden. Okay. Ah, was hast du gemacht? Und dann kurz Nein. Okay. Wird sie wieder ein Monster... Kriegen wir wieder 600 Schaden? Okay. Okay, jetzt wird sie angreifen. Aber wir können ja Spielkraft aktivieren. Aktivieren wir Spielkraft und zerstören die beiden Karten erstmal. Dann kurz Nein. Und weg sind sie. Tja. Du, hast sie so gedacht gehabt, ne? Ja. Wir haben ja auch ein paar Tricks hier. Oh, wir haben Karatehund bekommen. Sehr gut. Können wir beschwören. Da haben wir schon mal zwei starke Monster. Und greifen jetzt auch mal an. So, so, so. Jetzt greifen wir an. Direkt auf Lebenspunkte. Bäm. Na. Einmal kurz Nein sagen. Und 1800 nochmal hinterher von Karatehund. Nochmal auf Lebenspunkte. Ja. Baf. Und auf die Haarspange hier, würde ich sagen. 1600 Lebenspunkte hast du noch. Wir sind gut dabei. Oh, oh. Ähm. Ich würde sagen Nein. Ich hatte ein schwarzes Loch. Ah, das ist nicht gut. Okay. 11. Was kannst du machen? Angreifen. Ja gut. Dann aktivieren wir einfach mal. Hm. Oh, wir haben ja Vogelscheuche. Aktivieren wir einfach Vogelscheuche. Blocken bitte den Angriff. Wir haben kurz Nein. Sehr gut. Bekommen wir noch ein Monster. Das wir auch angreifen. Was hat denn diese 11? 1400. Okay. Dem Krupp, der Bier gibt es. Ist okay. Können wir gleich der Karte extra ziehen. Dann schauen wir mal, was wir gleich bekommen. Na, Susu, willst du wieder angreifen? Oh, oh. Nein. Oh, oh. Das ist nicht gut. Unsere Vogelscheuche wird gleich, ähm, platt gemacht. Deswegen aktivieren wir nochmal Schwerkraftbinder. Wir können Monster Stufe 4 und höher nicht angreifen. Okay. Da ist unsere Vogelscheuche. Er ist gegangen auf dem Friedhof. Aber es ist nicht schlimm. Okay, wir haben noch mal Abhören. Können wir mal legen. Und magische Zylinder können wir auch mal legen. Für 11 kann die jetzt nicht angreifen. Da gibt es jetzt eine 11 hier. Das ist ja Stufe 4. Aber wir brauchen jetzt ein Monster, das wir auch angreifen können. Okay, sie beendet ihren Zug. So, Herze Karten gibt uns Monster. Zwangsübungsgrillt. Okay, ja, können wir legen. Das ist okay. Und wir bänden den Zug. So, so, so. Du bist wieder dran. Was machst du? Ziehst eine Karte. Und bändest wieder den Zug. Okay, wir sagen kurz Nein. Und was bekommen wir? Nächtlichen Strahl. Können wir nicht gebrauchen, weil sie hat keine Karte, keine Fallenkarte, dass wir die zerstören können. Aber sie liegt bestimmt gleich eine. Noch ein zweites Monster. Okay. Wir sagen kurz Nein. Sie bänden den Zug hier. Sie kann ja nicht angreifen durch Schwerkraftbinder. Oh, Ferreter Schwerter. Können wir aufsparen? Aber wir brauchen Monster. Das wir auch vielleicht mal angreifen können oder uns verteidigen können. Noch zusätzlich. Okay, sie opfert ihr. Beiden Karten. Was kommt da raus? Mozilla. Die musikalische Mystara. Okay. Aber wir können ja Zwangsführungsgerät aktivieren. Und die Karte hier wieder auf die Hand packen. Das haben wir, glaube ich, ein Stack wieder, oder? Nee, auf die Hand. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Monster wieder opfern, um die Karte zu spielen. Oh, Spielkraft. Ja. Nutzen wir einfach mal. Legen wir mal. Wir bekommen jetzt gerade nur Fallenkarten und Zauberkarten. Das ist nicht gut. Wir müssen ja auch Monster haben zum Angreifen. Das können wir gerade nicht so viele machen. 1200, okay. Ist aber ein Drei-Sterne-Monster. Also heißt, sie kann angreifen. Was können wir aktivieren? Hm. Ja. Aktivieren wir mal Gestillen einfach mal. Kriegst 1700 erstmal zurück. So. Damit hast du nicht gerechnet. Ach ja. Durch magische Gestillen kriegst du leider einen Schaden zurück hier. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Oh, wir haben Copycat. Ja, Copycat ist doch gar nicht so verkehrt. Können wir doch mal spielen. Und einfach mal die... Wie heißt die denn hier? Modestkalische Diva. Ah ja. 1700. Haben wir jetzt... Oh, wir haben keine 1700. Wir haben die 1200. Okay. Ja gut. Aber wir können trotzdem noch ein Zug beenden. Wir haben noch Spielkraft. Damit können wir ja entsprechend auch die Karte zerstören. Aktivieren wir einmal gleich mal. So, zack. Zerstellen wir einmal den Diva hier. Und dann kurz Nein. Weg damit, Zuzu. Okay, du hast doch noch eine Karte. Hm. Okay. Kriegen wir vielleicht eben noch einen Bonus. Wir haben Menschenfresser noch bekommen. Wir haben Menschenfresser. Können wir mal legen. Verdeckt einfach. Und dann spielen wir einfach mal Verräteres Schwerter. Dann schauen wir uns mal die Karte an. 1900 Verteidigung. Okay. Nicht schlecht. Gut. Und dann erst Bendenmeer-Unzug. So, wir wissen ja auch, was sie da entsprechend hat. Und wenn da ein Flip-Effekt gewesen wäre, wäre das ausgelöst gewesen. Sie opfert ihre Karte. Na, was kommt da raus? Aha. Die musikalische Misstraße wieder. Okay. Nochmal. Okay. Was kannst du machen? Dreimal? Was ist denn los mit dir? Aber du kannst... Okay. Okay, Zuzu. Du wirst es jetzt wissen, ne? Okay. Was kommt denn da raus? Himmels Drache Ritter. Okay. Das war so ein... XYZ-Monster. 2800. Nicht schlecht. Oh, oh. Kannst du sogar angreifen. Okay. Das ist nicht gut. Also die Karte kann entsprechend angreifen. Auch durch Schwerkraftbänder und Friedrichs Schwerter. Deswegen, wenn wir einfach mal unseren Menschenfresser flippen, und die Karte zerstören. So. Zerstören wir die Karte einfach mal. Hat einen Effekt. Okay. Hm. Okay. Der Effekt geht nicht. Hm. Okay. Dann legen wir einfach mal Flipping Wind. Verdeckt. Dann kriegen wir jetzt Schaden. Ah. Okay. Na gut. Okay. Zuzu. Hast du gut gemacht. Aber du hast ja entsprechend jetzt Karten abgeworfen. Das heißt, du kannst den Effekt nicht mehr aktivieren. Und du beendest sogar deinen Zug. Okay. Nicht schlecht. Okay. Dann können wir Menschenfresser in die Verteidigungsposition setzen, würde ich sagen. Und flippen einfach unseren Flipping Wind. Aktivieren den Effekt. Setzen die Karte. Und unseren Pinguin wieder auf die Hand zurück. Zack. Oder ins Deck zurück. Und setzen einfach Pinguin wieder hin. Dann können wir die ganzen Karten wieder in die Hand drücken. Und wir müssen dann entsprechend wieder auf Monster auffahren. Wir müssen aber jetzt irgendwie gucken, dass wir auch ein Monster kriegen, womit angreifen können. Sie wendet ihren Zug. Das sind ja alles vier Sterne-Monster oder acht Sterne-Monster. Wir haben nochmal einen zweiten Flipping Wind. Ach, das ist doch nicht schlecht. Okay. Das heißt, wir... Wie machen wir das am besten? Ja. Gut. Wir könnten ja einmal unseren Flipping Wind flippen. Und aktivieren den Effekt einfach. Setzen dann die Karte. Und unseren Pinguin. Wieder auf die Hand. Für die Karte braucht sie zwei Monster zum Opfern. Und für Band-Anzug. Wir haben noch einen zweiten Flipping Wind bekommen. Also im Prinzip können wir genau das gleich nochmal machen. So, Opfer hat ein Monster. Okay. Da ist diese Mitra wieder. Oh, ist okay. Ist okay. Kein Problem. Wir haben Fallenentfernung. Können wir aktivieren und Schwerkraftbinder entsprechend zerstören? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir es gleich machen. Müssen wir unsere eigene Karte zerstören. Aber wir flippen erstmal Pinguinen. Und packen ihr wieder die Karte auf die Hand. Aktivieren. Perfekt. Die Karte und Pinguin. Wieder auf die Hand packen. Danke. Ah, die müssen gar nicht zwei Karten opfern, sondern eine. Das heißt, wir zwingen einfach ihre eigenen Karten immer zu opfern, um die Karte zu spielen. Ah, jetzt müssen beide wieder opfern. Das ist gar nicht so verkehrt. Und? Da ist sie wieder. 2600. Okay. Nicht schlecht. Gut. Jetzt können wir mal gucken. Wir hätten auch Axträuber bekommen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen können. Wir könnten. Ähm. Fallentfernung. Ähm. Ja. Was machen wir denn? Okay. Wir könnten. Ich würde mal sagen, wir spielen mal Fallentfernung. Aktivieren wir. Löschen. Schwerkraftbinder. Weg. Dann nehmen wir Flip-Pinguin. Aktivieren den Effekt. Packen ihr die, ihr, ihr komische Mistradar in die Hand wieder. Und dann mit Pinguin packen wir uns auch auf die Hand wieder. Zack, zack. holen wir uns den Axträuber im Angriff von 1700 und greifen sie einfach mal an. Und geben wir 1700 Schaden. Ja, so super. Damit hast du nicht gerechnet. Wir haben ja auch noch ein paar Tricks auf Lager. Und hast 1200 Lebenspunkte noch. Einen Angriff. Und wir haben das nur lange gewonnen. So, da muss dir was einfallen. Und was machst du? Okay, so laufst du im ersten Satz. Na, 2900. Äh, 1900. Opfass das Monster. Okay. Okay, dann wirst du wahrscheinlich jetzt... Ah, da ist sie wieder. Uh, jetzt wird's... Jetzt wird's... Oh. Ähm, Susu. Das ist aber jetzt nicht so gut. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Okay. Okay, du opfassst wieder. Nee, du kriegst eine Verteidigungsposition. Hm, was machen wir jetzt? Okay. Wir könnten... Was könnten wir machen? Wir könnten Flippingling spielen. Oder gepanzte Biene. Ähm... Das heißt aber... Ja, ich glaube, wir spielen... Ähm... Kepanzte Biene. Werden den Effekt aktivieren. Genau. Drücken ihre komische Mistra runter um die Hälfte. Und wir wollen irgendwas aktivieren. Das können wir nicht aktivieren. Ach nee, das wollen wir gar nicht. So, und greifen einfach an. Nicht gepanzte Biene. Und geben mir 300 Schaden erstmal. Weil... Sie muss ja die Karte immer aufbauen. So, das heißt... Das heißt, wir haben jetzt... Sie hätten noch 1400. Durch diesen 11. Und wir haben 1600. Wenn wir vielleicht noch einen Flippingling irgendwie spielen können... Das wäre ganz gut eigentlich. Aber es sind nur noch 900 Lebenspunkte. Und? Oh, oh. Oh, oh. Okay. Das ist jetzt nicht gut. Oh, da ist die Athena 2600. Mit 1000 Schaden. Das ist nicht gut. Okay. Gut, was machen wir jetzt? Wir haben Grube. Ja, Grube ist auch nicht verkehrt. Dann legen wir einmal... Hier und oben gehen. Verdeckt. Und Bändenunzug. Das heißt, wir werden jetzt mal unseren Pingling einfach opfern... ...um die Karte zu zerstören. Wir haben ja Grube einfach gezogen. Diese zwei Karten. Okay. Kriegen 600 Schaden. Okay. Warum kriegen wir 600 Schaden? Oh, oh. Oh, oh. Wir kriegen wieder 600 Schaden. Ah, okay. Jetzt ist die Frage. Was wollen wir machen? Wir könnten einmal aktivieren. Packen die hier ihr auf die Hand. Ähm. Und sagen Nein. So, wir haben jetzt Grube. Aktivieren wir. Und zerstören die Karte. Zack. Wunderbar. Dann ist sie zerstört. Sagen kurz Nein. Setzt jetzt eine Karte auf die Hand. Mit 2600. Muss aber ein Monster aufhören. Und wir kriegen den weißen Drachen mit Eiskörerblick. Ist zwar eine starke Karte. Können wir aber nicht verbrauchen. Das heißt, wir müssen erstmal Flip-Penguin wieder setzen. Und bänden nur zu. Ha. Flip-Penguin ist auch zu schwach eingewiesen. 750. Sie hat nur 900. Sie hat nur 900. Okay. Und? Sie beendet ihren Zug. Okay. Was kriegen wir? Oh, wir haben Better than Magnet Krieger gekriegt. Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, gewonnen. Und zwar. Wir spielen Better than Magnet Krieger im Angriff 1700. Und wir werden den Effekt einfach ausnutzen. Setzen ihre Karte auf die Hand. Zack. Tja, Susu. Ich glaube, du hast das Duell verloren. Sagen kurz Nein. Und greifen mit Better than Magnet Krieger einfach an. So, Better. Du bist dran. Angriff der Lebenspunkte. Und Susu hat das Duell verloren. Tja, Susu. War ganz gut. Warst ne gute Duellen. Aber leider hast du verloren. Gute Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt Daumen und Daumen hoch. Wenn ihr auf den Kanal habt. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dass es nichts mehr passt. Wenn ihr mit mir gefallen. Und wenn ihr mit mir gefallen. Wenn ihr jetzt nicht mehr dabei seid. Wenn das heißt, ne weiterfolge. Jow, jow. Dann bedanke mich erstmal. Und sag auf Wiedersehen. Ich hab gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg. Aber los jetzt.